Und so können wir es dann schaffen, immer wieder 5 Euro alle 60 Sekunden zu verdienen. Stell dir vor, du würdest für jede einzelne Minute bezahlt werden, das heißt mit 60 Sekunden Aufwand immer wieder 5 Euro verdienen. Das Ganze ist tatsächlich möglich und zwar, ich werde dir in diesem Video eine genaue Strategie dafür vorstellen. Wichtig zu sagen, für die heutige Strategie benötigt man kein Vorwissen und man braucht auch kein Startkapital, um mit dieser Methode seriös Online-Geld zu verdienen. Wichtig ist, dass ihr euch dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut, denn ich habe noch einiges an Bonusguthaben, das heißt Geld, was ihr sofort als Geschenk bekommen könnt, in diesem Video versteckt. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Gib jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch, wenn du in Zukunft mehr von solchen kostenlosen Videos zum Thema Online-Geld verdienen haben möchtest. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Geld im Hinterland zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren. Und die Glocke aktivieren und bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben den absolut leichtesten Weg an, mit dem wir es schaffen können, immer wieder 5 Euro pro Minute zu verdienen. Außerdem werde ich euch in diesem Video noch eine neue, geheime Künstliche Intelligenz vorstellen, die euch die Arbeit extrem erleichtert. Also schaue ich euch das Ganze bis zum Ende an. Am Anfang noch ein ganz wichtiger Hinweis und zwar, wir hatten ja letzte Woche einen kostenlosen Workshop, wie es jeder schaffen kann, mit 0 Euro Eigenkapital selbst Vermieter zu werden und mit Immobilien jeden Monat Mieteinnahmen, also passives Einkommen zu generieren. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, sich hier kostenlos zu informieren. Link dazu in der Videobeschreibung zu dieser Seite oder ihr könnt euch direkt bei WhatsApp bei mir melden unter dieser Nummer. Ich habe euch die Seite auch, beziehungsweise die WhatsApp-Nummer auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort klickt ihr einfach hier auf Weiter zum Chat. Dann kommt ihr direkt zu meiner WhatsApp-Nummer. Dort könnt ihr mich immer jederzeit zu dem Immobilien-Thema befragen. Und dann kann ich euch auch eine kostenlose Information darüber geben, wie ihr es schaffen könnt, selbst Vermieter werden zu können, ohne Startkapital. Das beste Konzept, um Geld zu verdienen, die nächsten Jahre. Link dazu in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es auch wieder ein paar freie Plätze bei der Plattform YouGov. Habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Hier könnt ihr mit eurer Meinung Geld verdienen. Ihr könnt einfach eure Meinung sagen zur Politik, zum Sport, zur Unterhaltungsbranche und so weiter und so fort. Das heißt, hier einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Ich habe da verschiedene Anmeldeoptionen für jüngere Leute, für Leute aus der Schweiz, für Österreich und so weiter und so fort. Das heißt, hier einfach auf Starten klicken, natürlich auch für Deutschland. Und dann könnt ihr hier einfach ein paar Fragen beantworten und bekommt hier einfach auch schon Punkte jedes Mal, wenn ihr ein paar Fragen beantwortet. Und dann könnt ihr euch die Punkte in echtes Geld auszahlen lassen. Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, meldet euch da gerne kostenlos an. So, das war jetzt erstmal ein kleiner Bonus. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Strategie für 5 Euro alle 60 Sekunden. Zuallererst natürlich das Wichtigste und zwar, wie viel können wir damit verdienen? Das können wir uns natürlich ganz einfach ausrechnen. Und zwar für alle 60 Sekunden, die man schafft mit der Strategie, die ich euch gleich vorstellen werde, bekommt man eben 5 Euro. Das heißt, wenn man das Ganze eben zum Beispiel 10 Minuten lang macht, mal 10, ist jetzt nicht so schwierig, hätte man schon 50 Euro verdient. Und das ist tatsächlich realistisch. Wie genau, das werdet ihr gleich natürlich ganz genau erfahren. Und jetzt nochmal auf den Stundenlohn umgerechnet, also 5 mal 60 für eine Stunde. Dann hättet ihr tatsächlich 300 Euro mit gerade einmal 60 Minuten Aufwand. Wie genau das geht, das erfahrt ihr jetzt ganz genau. Wie gesagt, schon mal gerne einen Daumen hoch geben für mehr solcher Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Nachmachen. So, jetzt haben wir genug Geräte und Spannung aufgebaut. Passt jetzt ganz genau auf, denn das Ganze funktioniert mit dieser Plattform hier. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit der Plattform Speechpad.com. Das ist eine Plattform, die komplett seriös ist und die ich auch richtig gut finde. Ganz wichtiger Hinweis noch, ich werde von dieser Plattform hier nicht bezahlt oder irgendwas. Ich finde sie selbst nur einfach super und stelle hier natürlich auf dem Kanal nur Methoden vor, die ich selbst eben sehr gut finde und die ich natürlich auch selbst verwende. Und hier könnt ihr eben richtig gut von überall aus arbeiten und ihr braucht hier auch keinerlei Vorabinvestitionen. Das heißt, man braucht hier nur eine Internetverbindung und kann sofort anfangen zu arbeiten, egal, ob es jetzt mitten in der Nacht ist, egal, ob es jetzt morgens ist, egal, ob es jetzt nachmittags ist. Wichtig ist natürlich, dass man hier jede Woche bezahlt wird und zwar zweimal pro Woche. Egal, ob man jetzt zum Beispiel 2 Euro verdient oder 200 Euro oder 500 Euro. Wichtig ist es hierbei nur, dass man eben einen Computer hat und eine Internetverbindung hat. Man kann es natürlich auch rein theoretisch auf dem Handy machen, aber ich würde euch hierfür einen Computer empfehlen. Ja, worum geht es hier? Hier sehen wir es auch schon. Hier kann man eben mit zwei verschiedenen Arten Geld verdienen. Hierzu, zu der ersten Art wird natürlich nochmal ein Video kommen, beziehungsweise, falls es schon online ist, werde ich euch das Ganze in der Videobeschreibung verlinken. Heute beschäftigen wir uns mal hier mit dieser Plattform hier, beziehungsweise mit dieser Art. Und zwar hier kann man bis zu 5 Euro pro Minute verdienen und zwar mit ganz, ganz einfachen Übersetzungen. Das Ganze ist wirklich hundertprozentig seriös und man kann hier ganz entspannt von zu Hause aus arbeiten. Wie funktioniert das Ganze, schauen wir uns natürlich einmal an. Und zwar, ihr könnt euch hier komplett kostenlos anmelden, das werde ich euch natürlich gleich zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und dann kann man auch schon auswählen, wie lange oder beziehungsweise wie viel man arbeiten möchte. Und dabei ist es komplett egal, ob man hier zum Beispiel nur ein paar Stunden pro Woche oder auch 10 Stunden pro Tag oder auch meinetwegen 7 Tage die Woche, also jeden Tag Geld verdienen möchte. Also es ist hier für jeden was dabei, für Leute, die das Ganze Vollzeit machen wollen, für Leute, die vielleicht nur ein, zwei Stunden am Tag arbeiten wollen, für Leute, die nur eine halbe Stunde arbeiten wollen. Und man kann eben arbeiten, wo man möchte. Zu Hause, im Homeoffice, in der Bibliothek, am Küchentisch, im Hotelzimmer, überall kann man hier mit arbeiten. Wie wird man denn bezahlt? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und zwar, man wird hier ganz genau über Paypal bezahlt. Das Geld kommt direkt aufs Paypal-Konto und es wird jeden Dienstag und jeden Freitag bezahlt. Also zweimal pro Woche bekommt man hier pünktlich sein Geld. So, wenn ihr hiermit starten wollt, klickt ihr jetzt ganz einfach auf jetzt bewerben und könnt euch dann kostenlos anmelden. Übrigens, für einige, die sich fragen, hier, ich benutze das Ganze mit dem Chrome-Browser und hier kann man die Website ganz einfach ins Deutsche übersetzen. Dann klickt ihr ja einfach ganz normal auf jetzt bewerben drauf und öffnet sich hier schon die nächste Seite. Hier kann man einfach seine Daten angeben und kann dann auch direkt mit der Bewerbung starten. Jetzt gibt es nochmal einen richtig, richtig super Tipp, den jeder verwenden kann, der zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht gar nicht so fremdsprachensicher, wie kann ich denn trotzdem hiermit Geld verdienen? Und zwar könnt ihr zum Beispiel hier die Plattform DeepL verwenden. Das ist einer der präzisesten Übersetzer überhaupt mit knapp 29 beziehungsweise fast 30 Sprachen, die man hier eben übersetzen kann. Das heißt beispielsweise hier, schreibe ich mal rein auf Englisch, my name is Leon. Also mein Name ist Leon. Leon natürlich in diesem Fall groß geschrieben. Und dann wird die Sprache automatisch erkannt in diesem Fall Englisch und hier die ganze Zeit übersetzt. Das heißt, ihr könnt hier rein theoretisch auch euch ja eine kleine Unterstützung suchen mit diesem Tool hier und dann zum Beispiel hier ganz verschiedene Sprachen übersetzen. Hier sehen wir nochmal die ganzen Sprachen, die wir hier dann zum Beispiel haben. Zum Beispiel auch Dänisch, Englisch, Französisch, Russisch, Rumänisch und so weiter und so fort. Das heißt, das Ganze läuft folgendermaßen ab. Ihr könnt euch kostenlos auf der Plattform anmelden. Da gibt es ganz viele verschiedene Aufträge und dann seht ihr auch genau, wie viel ihr dann verdient. Und man kann wirklich teilweise bei den Aufträgen 5 Euro pro Minute verdienen und das Ganze kommt dann direkt aufs Paypal-Konto. So und jetzt gibt es nochmal einen extrem genialen Trick, mit dem ihr noch viel besser arbeiten könnt und auch viel mehr Geld verdienen könnt. Und zwar hier geht ihr einfach auf Google und gebt ihr einfach mal den Google Chrome Browser ein. Den werden die meisten von euch sowieso schon haben und diesen Browser müsst ihr haben. Den könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ist auch 100% seriös. Das ist ganz normal der Browser von Google, Google Chrome, weil den braucht ihr, damit ihr hier eben arbeiten könnt. Und zwar hier geht ihr dann einfach, ich habe den schon runtergeladen, beim Google Chrome Browser auf die Seite otter.ai. Also hier wirklich otter, wie das hier geschrieben, otter.ai. Und dann kommt man hier auf diese Seite. Und was jetzt hier genial ist, hier sieht man das Ganze schon. Hier haben wir jetzt automatisch Google Translate, also Google Übersetzer. Und hier können wir die Seite jetzt direkt auf Deutsch übersetzen. Das ist natürlich extrem genial, weil wir somit hier schon mal einen Schritt automatisiert haben. Das heißt, hier haben wir jetzt die künstliche Intelligenz otter.ai, die eben extrem genial für uns arbeitet. Und zwar die arbeiten nicht nur mit kleineren Unternehmen, sondern auch mit Riesenunternehmen, wie zum Beispiel Dropbox, McDonalds, sogar IBM zusammen. Und hier könnt ihr eben mithilfe einer künstlichen Intelligenz automatisch Stimmen und Sprache erkennen lassen. Und eben transkribieren für euch, also die Texte automatisch aufschreiben. Und das Beste ist, ich habe hier sehr, sehr viele Seiten dieser Art für euch durchgesucht. Und die meisten waren eben kostenpflichtig. Aber hier kann man wirklich kostenlos starten. Hier sieht man das Ganze auch. Also starten sie kostenlos. Das heißt, hier können wir jetzt raufgehen und uns hier dann den Free-Plan holen, also den Gratis-Plan für Einzelpersonen, die gerade erst anfangen. Und hier können wir jetzt draufklicken und eben auf Loslegen klicken. So, hier können wir uns dann ganz normal mit unserer E-Mail ein kostenloses Konto erstellen. So, dann müssen wir hier in Schritt 1 bei Otter.ai eben uns hier anmelden. Und zwar hier kann man dann nochmal bestimmte Meeting-Zeiten festlegen. Ist jetzt absolut kein Muss. Also das ist jetzt hier zum Beispiel für Leute, die das mit ihrer Firma machen wollen. Aber wir können das natürlich auch als Privatperson machen. Das heißt, hier nur Meetings, die ich manuell umschalte. Und hier natürlich meistens nur ich. Dann auf Weitermachen klicken. Und dann hier können wir eben einen Kalender hinzufügen. Aber das können wir auch erst mal wegklicken. So, wenn wir uns angemeldet haben, müssen wir ja immer einen Bereich auswählen, in dem wir arbeiten. Oder einen Bereich, der uns interessiert. Natürlich hier in dem Bereich ganz klar natürlich Marketing. Und zum Beispiel auch, ja, sowas wie Manager ist natürlich auch immer eine sehr, sehr interessante Sache. Und dann auf Erledigt klicken. So, dann geht es hier auch schon los mit den ersten Schritten. Und zwar hier können wir dann eben einen Kalender auswählen, um das Ganze besser zu organisieren. Ist natürlich jetzt kein Muss. Wir möchten jetzt direkt erst mal mit dem ersten Gespräch beginnen. Das heißt, hier einfach auf Start klicken. Und jetzt können wir hier oben das Ganze einfach aufzeichnen lassen. Und dann werdet ihr schon sehen, wie genial das Ganze wirklich funktioniert. Und zwar, man kann hier entweder Sachen hochladen, direkt also Audio-Dateien, oder die nochmal selbst einsprechen. Und dann eben hier die Transkription automatisch mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz bekommen. So, wir werden jetzt einfach mal eine Aufzeichnung machen. Ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Natürlich nicht wundern, am Anfang sieht das Ganze ein bisschen komischer aus, aber am Ende kommt da wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis bei raus. Das heißt, wir klicken jetzt hier einmal auf Aufzeichnen und dann geht es auch schon los. My name is Leon Kramer and this is a YouTube-Test for my new video. So, und ihr habt jetzt gesehen, das Ganze sieht jetzt erst mal ein bisschen komisch aus, aber das Ganze muss natürlich erst mal bearbeitet werden. Und wie es dann gleich aussieht, das schauen wir uns jetzt an. So, und hier haben wir auch schon das Ergebnis. Das heißt, hier können wir einmal raufklicken und dann sehen wir auch schon folgendes. Und zwar, mein Name ist Leon Kramer und dies ist ein YouTube-Test für mein neues Video. Das heißt, hier haben wir direkt eben die perfekte Übersetzung. Und das Beste ist, hier kann man das Ganze jetzt mit einem einzigen Klick eben kopieren oder auch direkt eben teilen. Also eine super Sache. Das heißt, hier kann man entweder das Ganze selbst einsprechen und es wird auch hier mit der Google-Übersetzungsfunktion automatisch auf Deutsch übersetzt. Oder ihr könnt hier eben auch Audio-Dateien hochladen und dann das Ganze direkt automatisch mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz wirklich in Echtzeit, also live, übersetzen lassen. Ja, und wenn euch diese Strategie mit der künstlichen Intelligenz schon gefallen hat, wird es jetzt noch mal etwas geben, was euch absolut begeistern wird. Ja, und zwar, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung geht, auf unsere neue Seite www.kigeld.com, dann kommt ihr auf diese Seite, wie man 2024 eine künstliche Intelligenz für sich arbeiten lassen kann. Hier beweise ich ganz genau, wie ich es geschafft habe, innerhalb von einer einzigen Woche über 2.000 Euro nur durch künstliche Intelligenz zu verdienen. Und hier gibt es eben den künstlichen Intelligenz-Meisterkurs. über 50 HD-Videos, wie ihr es schaffen könnt, ohne Startkapital, ohne Risiko und ohne Vorwissen vor allem, online Geld zu verdienen, auf seriöse Art und Weise. Hier stellen wir nochmal verschiedene künstliche Intelligenzen vor, die wir auf YouTube gar nicht zeigen. Das heißt, wenn euch diese YouTube-Videos schon mal begeistern, wird euch dieser Kurs umhauen. Das heißt, hier haben wir jetzt noch eine Sonderaktion. Und zwar, wenn ihr hier auf jetzt starten klickt, dann bekommt ihr hier das komplette Programm. Das Ganze wird dann automatisch zugeschickt per E-Mail. Okay, und hier habe ich jetzt nochmal einen Sonderbonus für euch, und zwar den Code LEON30. Den müsst ihr hier einfach eingeben unter Gutscheincode. Das heißt hier LEON30. Was bekommt ihr mit dem Code, wenn ihr den einlöst? Einfach mal 30% Rabatt plus nochmal 14 Tage komplett kostenlos. Also eine super Sache. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, das Ganze wird per E-Mail zugeschickt. Also unbedingt eure richtige E-Mail-Adresse eingeben und auch im Spam-Ordner schauen. Und dann bekommt ihr die Videos direkt innerhalb von kürzester Zeit zugeschickt und bekommt nochmal zahlreiche Strategien zum Thema Online-Geldverdienen mit künstlicher Intelligenz. Link dazu in der Videobeschreibung. KI-Geld heißt die Seite. Jetzt natürlich noch eine ganz wichtige Frage. Und zwar muss man für die Methode aus dem heutigen Video ein Gewerbe anmelden. Dazu lässt sich sagen, wenn man das Ganze langfristig machen will, muss man auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Aber es gibt auch einen Weg, Online-Geld zu verdienen ohne Gewerbe. Klickt dazu einfach auf das Video, was ich jetzt hier in der Mitte einblenden werde. Denn dort beweise ich ganz genau, wie man es schaffen kann, ohne Gewerbe online Geld zu verdienen mit einem Auszahlungsbeweis in Höhe von 1000 Euro. Das heißt, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.